Es ist besser, wenn du jetzt gehst. So, Sie bleiben hier! Bleib da. Bleib da. Wie lange sind Sie beiden eigentlich schon zusammen? Zwei Jahre. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich wusste gar nicht, dass ich schwul bin, bis ich Eike kennengelernt habe. Sondern damit. Sie haben recht. Ich war es. Eike, halt jetzt den Mund. Das ist nicht wahr. Ich habe Vater erschlagen. Lass es gut sein, Michael. Ich bin nicht zu Hause geblieben. Sondern habe darauf bestanden, mit Michael zurück auf den Hof zu fahren. Ich dachte, wir versuchen gemeinsam, seinen Vater zur Vernunft zu bringen. Wenn er begreift, dass wir uns lieben. Doch dass ich dabei war, hat den alten Mann erst recht wahnsinnig gemacht. Ich dachte, er würde Michael umbringen. Das konnte ich doch nicht zulassen. Ich hatte die Krücke in der Hand und... Was ist nicht so, ich hatte den Weg, dass wir uns nicht verlieren. Ich bin ein Erdbegriff. Untertitelung des ZDF, 2020